Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neulich haben wir ja die reichsten Familien der Welt ein bisschen angeschaut und heute schauen wir uns mal die Top 10 ganz kurz an, der reichsten Menschen der Welt. Und das ist interessant, da haben einzelne Menschen mehr oder genauso viel wie ganze Dynastien, also ganze Familienclans und das schauen wir uns gleich mal an, wer da aktuell mitwirkt und dabei ist. Und in dem Sinne wünsche ich euch wieder viel Spaß mit dem Video, zunächst aber wieder der Risikohinweis, alles was ich hier wieder aufzeigen kann, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte, ist keine Anlageberatung, Restmentempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch schon gleich im Browser rein. Ich habe da einfach mal bei Google geschaut und da haben wir die Liste der reichsten Menschen der Welt und da ist natürlich immer noch auf Platz 1, wenn sowohl Tesla der Aktienwert so weit verloren hat, Elon Musk mit 241 Milliarden, dann kommt Bernard Arnault, der hat immerhin noch 185 Milliarden, dann Jeff Bezos mit 173 Milliarden, dann Larry Ellison mit 132 Milliarden, Mark Zuckerberg mit 126 Milliarden, Warren Buffett mit 121 Milliarden, Bill Gates mit 118 Milliarden und Larry Page dann mit 118 Milliarden nochmal. Es ist so krass, ich kann mich da nur erinnern, vor 20 Jahren, da waren die reichsten Menschen so ein bisschen unter 100 Milliarden schwer, richtig krass, damals war da ganz weit oben natürlich Bill Gates und Warren Buffett, dann irgendwann mal die Google-Gründer eben Larry Page unter anderem eben dann mit vorne dabei und wenn man sich das überlegt, dass Elon Musk heute mehr als das Doppelte von den damaligen Höchstwert hat, da sieht man erstens mal, wie absurd das Ganze mittlerweile geworden ist, aber auch, wie sich Geld entwertet hat. Und ich habe den Artikel jetzt mal angeklickt, der ist im Handelsblatt eben und da kann man sich das Ganze eben ein bisschen näher durchschauen, wer da überall dahinter steht, was da für Geschäftsmodelle auch dahinter sind und das finde ich immer ganz interessant, die Geschichte, wie jemand dazu kommt oder wie er da hinkommt auf die Plätze und da haben wir eben zum Beispiel, kennen wahrscheinlich die meisten Leute im Elon Musk, aber interessanter ist zum Beispiel auch jemand wie er hier, der Bernard Arnold, denn der, ja was macht denn der, das wissen vielleicht viele gar nicht, der hat zum Beispiel Marken wie Louis Vuitton, Givenchy, Fendi oder Marc Jacobs und davon ist er eben Eigentümer und gehört eben ihm. Also er macht Geld mit Luxusartikel und das finde ich immer gar nicht mal so blöd, also vielleicht gehen wir da mal auf separat in einem Video ein, eben in solche Unternehmen zu investieren. Warum? Das ist einfach wahnsinnig spannend, weil Luxusartikel werden immer gehen. Warum? Es gibt halt immer reiche Menschen, die juckt das Geld nicht und deswegen ist bei denen der Umsatz relativ konstant bei solchen Unternehmen und deswegen kann das sowas sein wie ein Nestle-Konzern, den ich kaufe, der auch konstant eben Umsatz macht. Warum? Weil die Leute müssen immer irgendwas essen und deswegen finde ich das ganz interessant. Dann den Herren hier, den kennt man natürlich auch, Jeff Breesos mit Amazon natürlich und den können vielleicht schon wieder weniger Leute, Larry Ellison und ja, Oracle natürlich, Gründer des Oracle-Konzerns, deswegen ist er mittlerweile so teuer geworden, so teuer, so reich geworden und ja, deswegen ganz interessant, wie er sich hier tummelt, kann man auch mal in Ruhe durchschauen und Zuckerberg kann vermutlich alle meisten. Wer einen Film nicht gesehen hat über Mark Zuckerberg, gibt es einen, kann ich empfehlen, Social Network hat er damals, glaube ich, geheißen, ist mindestens zehn Jahre alt, der Film, kann man sich mal anschauen, dann hat man so ein bisschen Einblick von diesem Menschen, ob es wirklich so stimmt, ist eine andere Geschichte, aber ist auf jeden Fall mal sehenswert. Ja, das war es schon wieder, ich wollte einfach bloß mal ganz kurz einen Überblick geben und aufzeigen, wie krass, dass das Kapital sich mittlerweile bündelt auf einzelne Menschen und dass sie mittlerweile mehr haben können, wie zum Beispiel eben eine ganze Dynastie, eine ganze Familie. In dem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Video.